Leute, Basmann ist wieder da, um zu checken, ob alles nach Plan läuft. Gleich hören wir mal alles durch. Wie gesagt, Schlagzeug ist fertig aufgenommen. Vierter Studiotag, jetzt gerade. Gleich hören wir noch mal alles durch, ob alles cool ist. Und dann geht's auch über Zug. Dring, 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 Gitarre, Gitarre. Okay. Durchhören, alles mal durchhören. Dieser Song heißt Am Ende bleibt euch nichts. Auf dem nächsten Album wird es nur Hits geben und B-Seiten-Hits. Der nächste Song heißt Böse Energie, den wir gerade durchhören. Das ist einer der B-Seiten-Hits. Ich kann halt nur Hits. Also Hits oder B-Seiten-Hits. Und das ist auf jeden Fall ein B-Seiten-Hit. Wollte ich nur sagen. Das Beste aus zwei Welten. Mein Favorit mittlerweile. Das kurze Favorit. Keine Zeit mehr heißt der Song. Der ist auch geil. Einige von euch werden ihn schon gesehen haben live. Wir sind ready to fight. Auch einer meiner Favoriten. Unsere Wege. Das wäre Island. Deine Ring. Die Wie schön, dass ihr euch eine KKK für sieben, und wir fangen an. Yo, ihr geilen Motherfucker, Schlachtzeugaufnehmen ist fertig. Was ist die Steigerung von geil? Endgeil. Was ist die Steigerung von endgeil? Schuss, Sir G, Mr. Georg Lenhardt. Yeah! Schuss, endgeil, merci beaucoup. Ladies and gentlemen, Georg Lenhardt von den apokalyptischen Reitern. Sehr geil. Von den apokalyptischen Reitern. Merci beaucoup, Drumsaufnehmen ist fertig. Wir machen jetzt ein paar Tage Pause, weil Mikey Mikey, der Gitarrist, noch nicht kann. Also, ich melde mich dann in paar Tagen wieder. Ihr seid geil, Mann. Ihr seid geil. Ihr seid endgeil.